Hallo Leute, in dem bin ich schon wieder vom Let's Play Landwirtschafts-Zermulator 2015 auf der PS3. Ich habe jetzt mal gestartet, da habe ich jetzt wieder die Dinger genommen. Er hat den Strumpf, um etwas zu probieren. Den Denk habe ich jetzt auch als Holzschnitzel, den wir letztes Mal noch ein wenig abgeben wollten. Das haben wir jetzt auch nicht können. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ich weiß nicht, ob ich hier ein Ton ziehe. Das ist so, wenn man die Milch nicht hat, das bringt ich mal runter. Ich habe da einen Stumpf gesehen. Wir sehen uns. Das ist auch immer was, Herr. Das ist auch immer so, Herr, die Dinger. Wir sehen uns jetzt, Herr. Ja, das ist schon eine tolle Maschine. Und das ist eine große Arbeit. Das muss auch mal sein. Ja, das ist anders eigentlich. Ja, das muss auch sein. Das ist sicher. Ja, das muss auch sein. 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 Ja, das muss 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 sein. Und dann kommen wir kurz zur Akzone. Schall in Lehne. Ja, das war dann ja schon ein paar Horts. Ja? Da kann ich mich auch machen, dass ich ganz da nicht herumhauere. Ich habe noch nicht ein Hüppchen, da könnte ich nicht noch ein bisschen mehr inzwischen nehmen. Da könnte ich ein paar kleine Probleme geben, da sind viele Steine, aber es würde gehen. Ja. Wir haben jetzt zum ersten Teil noch kurz eine Spritze. Das ist jetzt auch eine schöne Lage, die ich hier drüben würde runterstellen, zum Sack. Ja. 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 Ja, jetzt nehme ich auf, heute. Ich hoffe, dass ich euch schon sieht. Der Baum stört mich eigentlich auch ein bisschen. Können wir mich jetzt nicht um den Blödbaum. Der Baum. Dann zeige ich uns, du machst uns das nicht vor, sonst musst du immer nach dem Pflanzen-Ding. Oh, der ist früher. Wie gross sieht es wieder aus? Ja? Wie lange unsere Mühle da geht? Entschuldigung, wo wir kocken, he? So, Güttel? Ja, ich will mich auch fressen. Also jetzt, der frisst und schreit. Das ist ja so ein bisschen unruhig. Ich lege nur ein Ei oder ein Apis. Ich kann ja nicht kaufen zum Meisten. Ich habe eine Kleine, die habe gekauft, dass ich in die Eier lege. Oh, das ist ja noch ein Sater. Heute im Simulator ist heute schön sonnig. Heute ist es auch schön sonnig. Mit auch schön sonnig. Ich kann schon hier sein Lehren. Nein. Dunstig... Nix zu schön, eh! Frittich, die... Schon auch nicht so schön. Sonnig... Aber weg. Sagen wir mal... Bei Donnstig... ...n Sonntig... Scheisshattel. Aber da, heute mal, wenn man rein schießt, das ist ja nicht normal. Ja. Ja, genau. Und dann habe ich gesehen, dass ich die Wagen geparkiert habe. Ups. Schön Platz da innen. Und dann habe ich gesehen, dass ich die Wagen geparkiert habe. Ja. 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 Gut. Also, hey Leute. Ich denke, ja, groß interessant ist sie nicht mehr eigentlich. Ja. Ich habe ja nur noch Feldarbeit. Soll ich spritzen halt. Mal hier noch Wuppern. Ja, also, eh. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wieder. Und dann sage ich, also, ade, lade, bitte. Bis zum nächsten Mal.